Der Tiroler Fußball meldet sich zurück und in der UPC Tiroler Liga trifft der Sportverein Innsbruck auf den SV Becker Ruhrz-Kämmerten. Rundtrainern-Zuseher sehen in der Wiesengasse eine spannende Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Erstmal steht auch Dominik Bichler im Tor des SVI. Markus Blunzer bringt in der 38. Minute die Mannschaft aus Kämmerten mit 1 zu 0 in Führung. Aber nur zwei Minuten später zählt Michael Simic den Ausgleichstreffer. Auch nach dem Seitenwechsel hat das Spiel einiges zu bieten. Kämmertens Schlussmann Thomas Maischberger zeichnet sich mit einer schönen Parade aus. Und knapp vor Schluss hat der SVI den Torjubel nach einer schönen Aktion von Michael Seelers und Davi Grosch schon auf den Lippen. Es bleibt aber beim 1 zu 1. Auch in der Tabellenspitze der UPC Tiroler Liga hat sich nichts geändert.